Deutsch nach der Naturmethode Kapitel 36 36. Kapitel aus der deutschen Geschichte Nach dem Abendessen an einem der folgenden Tage sprachen die vier Reisenden wieder über alles, was sie bisher gesehen hatten. »Aber«, sagte Schulz, »wir kennen die Geschichte Deutschlands zu wenig. Wir wissen etwas über Preußen, über Berlin und über die zwei Weltkriege. Wir haben auch über die Wiedervereinigung Deutschlands gehört, aber nicht viel über die Zeit vorher.« »Könnten Sie uns nicht etwas darüber erzählen, Herr Stein?« »Herr Stein?« »Gern, aber nur ganz kurz und nur über einen Teil der Zeit, sonst kommen wir zu spät ins Bett und sind dann morgen nicht frisch genug. Wir wollen ja neue Eindrücke gewinnen, also müssen wir wach sein. Zuerst muss ich Ihnen sagen, dass man nicht von der Geschichte Deutschlands, sondern nur von der deutschen Geschichte sprechen kann. Der Name Deutschland ist nie offiziell bestimmt worden. Es gibt also keine theoretische Grenze dafür. Vor 2000 Jahren gab es in Europa viele kleine germanische Stämme. Manche davon wurden zu größeren Stämmen, wie zum Beispiel die Franken, Sachsen und Alemanen. Nach dem Ende des Weströmischen Weltreichs im 5. Jahrhundert bauten sie zusammen mit anderen Völkern Reiche auf. Die später von dem Franken Karl dem Großen, von 768 bis 814, der große Macht hatte und das römische Reich neu aufbauen wollte, zu einem Reich gesammelt wurden. Die Länder, die heute Deutschland, Frankreich und Italien heißen, begannen also ihre Geschichte als Teile des Reichs Karls des Großen. Der und spätere Könige ließen sich in Rom zum Kaiser krönen und nannten sich bis zur Krönung römischer König oder später deutscher König. Dieses Reich, das nicht das ganze Areal des alten römischen Reichs bedeckte und das auch nicht von Rom aus regiert wurde, bekam mit der Zeit den Namen Deutschland, der aber kein offizieller Name eines Staates war. Das Land, das oft mit Nachbarländern kämpfen musste, wurde von Königen oder Kaisern regiert. Einer der berühmtesten war Otto I., der Große, von 912 bis 973, König 336, Kaiser 962. 912 ist das Jahr seiner Geburt, 973, das Jahr seines Todes. Seine Nachkommen wurden Otonen genannt. Nach dem Tod eines Königs wurde meist sein ältester Sohn König. Nach dem Tod des letzten Otonen wurde ein Mann aus dem Stamm der Franken zum König gewählt. Die Könige und Kaiser wollten von Rom aus regieren, konnten dies aber nicht durchführen. Sie regierten also wirklich nur in Deutschland. Nach dem Tod des letzten Frankenkönigs wurde Lothar von Sublingburg als Lothar III. zum König gewählt. Als er im Jahr 1137 starb, wurde Konrad von Stauffen zum König gewählt. Nach ihm wurde sein Neffe Friedrich, der erste Barbarossa, Rotbart, König. Auch er ließ sich in Rom zum Kaiser krönen. Er wollte sowohl Deutschlands als auch Italien regieren. Doch die Völker von Italien kämpften viele Jahre gegen ihn, sodass er seinen Plan nicht durchführen konnte. Er ist aber bis heute der berühmteste Kaiser dieser Zeit, die das Mittelalter genannt wird, geblieben. Er starb 1189 auf dem dritten Kreuzzug, den er leitete. Es heißt aber, dass er nicht gestorben ist, sondern im Berg Küffhäuser in Thüringen schläft und dass sein Bad durch den Tisch gewachsen ist. Wenn Deutschland Hilfe braucht, wird er aufwachen und die Deutschen zum Sieg führen. Nach Friedrich Barbarossa wurde sein Sohn Heinrich der sechste König. Er regierte aber nur wenige Jahre, von 1190 bis 1197. Und nach seinem Tod wurden zwei Könige gewählt, Heinrichs jüngster Bruder Philipp II. und Otto von Braunschweig. Sie kämpften miteinander und Philipp, dem Frankreich half, war nah am Sieg, wurde aber 1208 ermordet. Otto dem England half, wurde König, doch der Sohn Heinrich VI. Friedrich II. von 1212 bis 1250 kämpfte gegen ihn und gewann und wurde König anstatt Ottos. Seine Nachkommen gingen aber in Italien zugrunde. Der letzte Staufer, Konraden, wurde 1268 in Neapel hingerichtet. Nach einer kleinen Pause, in der sie Kaffee tranken, setzte Herr Stein fort, das Mittelalter war eine schwere Zeit für viele, aber die Kurfürsten, die den König wählen durften, hatten große Macht und auch der Adel und die Städte gewannen immer mehr Macht. Und obwohl so viele Kriege geführt wurden, blühten die Wissenschaft und die Kunst, vor allem die Dichtkunst, deren berühmtester Vertreter Walter von der Vogelweide von 1170, 80, ca. 1230 war. Er war sicher Österreicher. Die Kurfürsten konnten sich nur schwer über die Wahl eines Königs einheben. Man wählte mehrere Male Könige aus dem Ausland, die aber in Deutschland keine Macht hatten. Es kam nun die Zeit, die man das Interregnum nennt, auch genannt die Kaiserlose. Die schreckliche Zeit von 1254 bis 1273, wo Fürsten, Adel und Städte taten, was sie wollten. Im Jahr 1273 wählte man den Graf Rudolf von Habsburg, das ist ein Heimatland, die Schweiz war, zum König. Da er weder Macht noch Geld hatte, meinte man, dass alles so bleiben könne wie bisher. Aber Rudolf war ein starker Mann, der Ball sowohl Macht als auch Geld gewann. Die Habsburger waren von da an mit kurzen Unterbrechungen deutscher Kaiser bis 806, wo das römisch-deutsche Reich zu existieren aufhörte. Der Kaiser Franz II. die deutsche Krone niederlegte, nachdem er schon 1804 die Länder des Hauses Habsburg gesammelt und sich Kaiser von Österreich genannt hatte. Er kann ich Ihnen diesmal nicht erzählen. Schloss Herr Stein, aber ich hoffe, dass Sie sich jetzt ein Bild von einem Teil der deutschen Geschichte bis weit ins Mittelalter machen können. Schloss Herr Stein, aber ich hoffe, dass Sie sind insa neuen icing Sie gesagt haben. Am Christmas Ig, essa criminale Silver returns nicht komplett in sauf Jesus sagen. Something ist es, dass Sie sich jetzt ein Bild von der Skywalker McCarthy nachdenken, was Sie es empfüllen, w kader Musik XX & Amen.